It's all about humanity Die Auflösung wird immer im nachfolgenden Video bekannt gegeben, dann schaut einfach mal in die Kommentare rein Ansonsten was noch geplant ist in dem Video wird sein, wir öffnen jeden Tag zum Beispiel 24 Truhen, Appen, 24 Sachen und so weiter Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen Und im zweiten Türchen versteckt sich heute ein blaues Drachen, ihr wisst was zu tun ist, also würde ich mal sagen, wieder ab zur Liveaufnahme An Türchen Nummer 2 gibt es heute 24 Hydratruhen, alle natürlich mit 3 Öffnungen, ich habe aufgepasst Also die Händler haben, wenn ihr Truhen kauft, immer achten, dass 3 Öffnungen vorhanden sind und nicht, dass ihr eine Öffnung nur kauft, das wäre blöd für euch Und ich würde mal sagen, lasst uns loslegen mit den Hydratruhen Und ja, ich hoffe natürlich auf magische Steine, einige Exos, eventuell noch Bänder oder sonstiges und eventuell sogar noch Switcher oder Äther, das ist auch noch ganz gut Flamme ist jetzt nicht so besonders und ja, da haben wir auch schon mal zum Beispiel den Hauptpreis gekriegt, einen magischen Stein, das freut mich schon mal sehr Und umso mehr, umso besser Ähm, eigentlich haben wir schon fast gefühlt alle Hydratruhen raus, wenn ich jetzt so einen zweiten magischen kriegen sollte, ist das Ding schon wieder durch Und naja, wie gesagt, magische sind mir das Liebste Die, bin ich auch überlegen, ob ich die mittlerweile zur Seite lege und irgendwann meine, ähm, meinen Tali zu appen Aber, das steht nur in den Sternen, erstmal verkaufe ich die, denke ich mal weiter und dann mal gucken Wir sind jetzt nur noch, äh, bei, wie viel haben wir jetzt? 16 Hydratruhen haben wir durch, ein magischer bis jetzt Keine Exos, wenn ich richtig sehe Das ist halt auch happig, wirklich sehr, sehr happig Und da ist der erste Exos, Alter, zwei Exos nach 19 Truhen Das ist wirklich die schlechteste Ausbeute an Exos, die ich jemals hatte, muss ich sagen Vier Truhen noch, noch drei Truhen, wieder keine Exos Noch zwei Truhen, jetzt haben wir vier Exos zusammen Und die letzte Truhe, mal schauen, kriegen wir nochmal einen magischen raus Ne, eine Eisex, ansonsten nichts besonders Ja, wie gesagt, nichts besonderes rauskriegt, außer einen magischen Stein Und ja, damit müssen wir uns halt zufrieden geben, es hätte deutlich besser ausgehen können Und, naja, ansonsten war es das auch wieder mit dem zweiten Video Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, müsst ihr ja eh Und haut da rein, bis zum nächsten Video, euer Simpli, ciao! Bis zum nächsten Mal